Hallo und herzlich willkommen hier bei Dishonored. Wir haben uns in ein Büro ausgeloggt und versuchten eigentlich ein bisschen vorsichtiger umzugehen. Haben aber schon wieder ein paar umgebracht. Das ging leider nicht anders. Aber gut, wir machen jetzt einfach weiter. Es ging um Audiographen, den wir noch vielleicht zurückbringen sollten. Ich habe den irgendwie nicht gefunden. Also ich habe noch nicht lange gesucht, aber ich gucke mich jetzt gerade noch mal hier um. Und ich sehe hier kein Audiographen. Da habe ich ihn auch schon einfach aus Versehen eingesteckt. Man weiß es nicht. Ja, mehr gibt es doch hier auf diesen Stockwerk nicht. Da ist noch ein Raum. Da gehen wir noch mal rein. Das Gebäude kennen wir ja schon hier. Ah, Ratten. Hier waren wir ja schon mal. Verdammt. Geht weg, ihr Ratten. Ja, die Fehler nehmen wir mit, wofür die auch mal gut sind. Die kosten auch nur 10 Thaler und das ist gut. Tschüss, da sind die Ratten rausgegangen. Alles klar. Mehr gibt es hier einfach nicht. Audiographen habe ich nicht gesehen. Da liegt noch was rum, was können wir noch mitnehmen. Wir können noch einen Stock mehr tiefer gucken, ob wir das finden. Das machen wir glaube ich auch noch. So. Dann hören wir ein bisschen schneller. Hier lebt es wieso keiner mehr. Oh, das sind alle betäubt zumindest. So, gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Audiograph rum steht. Sieht nicht danach aus. Hier. 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 Nein. Oh, Geld hätte ich fast übersehen. Radgies, Radgies, kommt. Ja, kommt. Ich mach euch alle Platz. Kommt. 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 Kommt alle her. Verdammte Ratten hier. Komm her. Dann hau doch ab. Ist auch egal. Was gibt es denn hinten, dass hier jetzt von so Ratten bewacht wird? Nichts. Okay. Hat es ja gelohnt, hier fertig zu machen. Gut, dann können wir weiter runter gehen. Dann gehen wir mal zurück auf den Boulevard. Auf dem Boulevard der Träume, der Träume, der Träume. Ja. So. Dann gehen wir mal auf dem Boulevard. Aber jetzt müssen wir mal so langsam in die goldene Cat rein, um die beiden Zwillinge auszuradieren. Ach shit. Jaja, komm her. Ich weiß, dass du hier bist. Ja. Ich weiß auch, dass ich hier bin. Hier ist er. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So. Jetzt bin ich noch hinter versteckt, oder? Tschüss. Tschüss. Oh man. Ich bin fast tot hier, weil ich hier runter gesprungen bin. So. Oh. Was willst du denn hier? Ich will doch gar nichts von euch. So. Er. Tee. Oh. Oh. Ich haue ja schon ab. Tschüss. Kein Bock mehr, euch mehr zu unterhalten hier. Ah. Die bringen den einfach um. Oh nein. Alter. Weg hier. Ich bin nirgends. Geht doch einfach weg. Geh doch hier einfach den buchschrank verrate hier. Kannst du nicht? Ja. Dich in diesem muss verstecken. Ich trug mal L5. Habe ich noch was zu trinken dabei? Nein. Natürlich nicht. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Der Speichert. L5 nicht. Speichern. Kann ich nicht während ich hier in der Alarmbereitschaft bin oder was? Einfach mal hier bleiben. Und warten. Wie sollst du mich denn hier gesehen? Oh nein. Nein. Ich bin ja mal gespannt, wo er es jetzt mal gespeichert hat. Mein Gott. Da versucht man mal einmal hier durchzukommen so langsam aber dann. Ich musste bitte den letzten Speicherpunkt wieder haben und nicht den jetzt irgendwas. Ja ja klar auf dem Schiffen. Sonst geht es immer noch ganz gut. Hier drin habe ich das jetzt mal gespeichert. Alles klar. Wunderbar. Zumindest weiß ich, dass hier drin nichts mehr gibt. Das heißt, wir können ja eben noch diesen Trank rausnehmen, den es hier gab. Dann können wir einfach runter rennen. Mal auch Nahrungsmittel ganz unten. Das kann sein, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Gucken wir gleich mal nach. Hier vielleicht. crazy, geht es weiter. Die hat aber разгowan, hast du auch ja gar nichts mehr Argentina zu uns wirket. Leider geht schon wirklich auf. so drücken wir nochmal f5 ja klar wo kommt ihr jetzt her hallo seid ihr bescheuert verratte im großen nichts durch die tür oder was einfach durchgebringt ist überhaupt kein problem ja ja fortsetzen jetzt der speichersprung wieder auf dem schiff ich drücke dann wieder f9 so und dann kommen wir da wieder raus okay müssen natürlich auch passen sind wir genau da wo ich meine tür durch bin und rennen 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 ja ja ich hab jetzt schon zugemacht bleibt draußen bleibt draußen bleiben wir draußen soviel ich will nicht mehr so viel umbringen ich kann ich dafür echt nicht immer wieder selbe hier gut ja jetzt drucken wir uns mal ok da ist noch einer so entschuldigung ich glaube ich vom druck ist ja klar wenn ich einfach alle umbringen naja wieder in der gegend abgericht was solls na wo ist er denn zwei stück wie geht das was die lichtwand ist das nicht beeindruckend hier schießen gegen das ist auch eine gute idee alles gut dann schickt denn jetzt einer also ich kann nicht mehr lange verstecken doch kann ich mal die Schuss. Komm, die gucken wir mal nicht um. Wo ist der denn der angeschlossen ist? Da drin? So. Wo sehen wir, was wir in den Gang setzen? Ne, ok. F5 mal drücken. Ok, bei der Hatter. Das ist schon mal ganz gut. Wo müssen wir da hin? Golden Cat. The Golden Cat. Yeah. Geben wir mal da rein in die goldene Katze. Pizze, fatze, katze, goldene Katze. Geben wir rein. Na, was uns da wohl erwarten wird. Ratten zum Beispiel. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege breit, die unterschiedliche Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Ratten-Tunnel, Wasserpassagen und Verstecke. Na gut. Oh, yeah. Ich sag dir doch, die Kinder nicht draußen lassen. Ich sag dir doch, die Kinder nicht draußen lassen. Ich sag dir doch. Hier, schlaf gut. Ach, komm. Ich hab gesagt, schlaf gut. Passt nicht ganz da rein. Na egal, du bist halt da wo du bist. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir wissen, Golden Cat da hinten, aber ok. Hey, Schätzchen. Hey, Schätzchen. Da ist dann jemand. Kann mir denn niemand helfen? Das ist mir doch jemand! Stille! Da! 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 Hast du jetzt nicht sterben müssen, hätte ich mich nicht angegriffen! Gut! Oh, constitu! Was ist denn? Was ist denn los? So! Die Goldene Katze! Was? Nein. Tut mir leid. Tschüss. Na, komm her. Uh. Oh. Na, ich bin tot. Wie konnte das so passieren? Was hier was so Windwerk gemacht, verdammter Hund. Wo hab ich das letzte Mal gespeichert? Wo hab ich das letzte Mal gespeichert? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich auf dem Schiff. Kennen wir ja schon. Das Spiel will mich verarschen, weißt du. Und dann drück ich den letzten Speicherpunkt, dann bin ich wieder woanders. Was? Ah ja, noch außer zu Golden Cat, okay. Aber nur kurz daraus. Okay, das ist kein Blatt. Jo, zu Golden Cat, machen wir mal. Jo, jo. Ja, weiß ich, ist gut. Jo, groß. Ki red je zu! ich bin eine ratte ratte,ratte Tuckii, gibst du mit mir spielen? Ich auf mich schieße, das mag ich überhaupt nicht. Ich bin nirgends, ich bilde dir noch nicht so etwas ein, dass du mich wüsstest, wo ich bin. Aber ich kann mich sehr lange verstecken, danke. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ja, ich weiß auch, dass ich hier bin, und zwar genau hier. Hinten bei der Münze. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu tun. Jetzt hab ich dich! Ach! Stirb, Dummkopf! Zurücktreten! Aus der Schuss! Nachbariert, oder was? Ich brauche unbedingt was zum Essen oder sowas, ne? Ah, halt was dabei scheinbar. Tür auf? Wo ist nicht die Tür? Hä? Okay. Kann man nicht da irgendwie hochkommen? Doch, so. Okay. Sind wir schon in der goldenen Kette. In der goldenen Kette. Ähm, ich würde sagen, in der goldenen Kette machen wir das nächste Mal weiter. Wir wenden hier diese Aufnahme. Und ich weiß, ich habe versucht, mich durchzuschleichen, aber es klappt nicht so ganz. Ich bin da nichts für geschaffen. Ähm, gut. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Not, was steht da oben? Send us food, not bullets. Okay. Ohne. Die haben wir gefunden. Ohne das Herz zu benutzen. Ist auch geil. So. Dann locken wir uns hier oben aus. Hier ist ein sicherer Platz. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.